Heute ist ein guter Tag, Danke zu sagen. Danke für Herzblut, Muskelkraft und Bauchgefühl. Danke für Familienunternehmen, die mehr Familie als Unternehmen sind. Danke für große Ideen und den Mut, sie umzusetzen. Danke für die Möglichkeit, gegen den Strom zu schwimmen, indem man ihn selbst produziert. Für unzählige Innovationen, Patente und durchgemachte Nächte. Für ein bisschen Schraube locker und ganz viel fest im Griff. Danke für die Kraft, ein ganzes Land voranzutreiben. Und danke, dass wir zusammen noch einiges anpacken werden. Untertitelung. BR 2018